Über die Folgen des Konflikts beraten heute in Berlin auch die Bundestagsausschüsse für Auswärtiges und Verteidigung. Dabei geht es auch um den Bundeswehreinsatz im Irak. Ein Teil der Soldaten ist bereits in die Nachbarländer verlegt worden. Ob die Soldaten im nordirakischen Erbil bleiben sollen, steht derzeit in der Diskussion. Die 60 zivilen Helfer der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit sollten aber vorerst im Irak bleiben, erklärte das Entwicklungsministerium. Aus dem Irak nach Jordanien. Ein Teil des deutschen Bundeswehrkontingents wurde abgezogen. Doch was passiert mit den übrigen? Noch sind 100 deutsche Soldaten im Nordirak stationiert. Erst mal sollen sie dort auch bleiben. Wir müssen das immer einschätzen, ob das noch verantwortbar ist. Was nicht geht, ist, dass sie in eine akute Gefahr für Leib und Leben kommen. Das befürchten wir zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht. Solange die Lage so bleibt, wie sie jetzt ist, sollte die Bundeswehr dort bleiben. Wir laufen nicht weg, wenn es gefährlich wird. Aber wir setzen unsere Soldatinnen und Soldaten auch nicht unnötigen Gefahren aus. Teile der Opposition sind anderer Auffassung. Der Ausbildungseinsatz der Bundeswehr im Irak bringe insgesamt zu wenig. Der ganze Aufwand sei nicht gerechtfertigt, kritisiert die AfD. Wir verlangen von der Ministerin auf der einen Seite, dass die Soldaten, unsere Soldaten abgezogen werden, bevor sie evakuiert werden müssen. Und der Angriff der iranischen Seite hat ja gezeigt, wie gefährlich das ist. Und wir wollen auch erneut über dieses Mandat abstimmen. Die CDU hält den Einsatz weiterhin für sinnvoll für die deutsche Sicherheit. Die Bundeswehr muss ein Bestandteil des Kampfes gegen den IS bleiben. Momentan ist aber gar nicht klar, ob der Irak überhaupt erlaubt, dass die Soldaten im Land bleiben. Im Augenblick gehen Bundesregierung und Opposition eher von einer Entspannung der Lage in der Golfregion aus. Entsprechend äußerten sich der Obmann der Linken im Verteidigungsausschuss Neu und Bundesaußenminister Maas im ARD-Morgenmagazin. Auf jeden Fall hat sich die Situation erheblich entspannt in den letzten Stunden. Das hat etwas damit zu tun, dass der amerikanische Präsident tatsächlich mehr oder weniger ein Gesprächsangebot unterbreitet hat. Er will über die regionale Rolle des Irans sprechen, über das ballistische Raketenprogramm des Irans. Das müssen wir auch. Das haben wir auch als Europäische Union immer wieder gegenüber dem Iran angemahnt. Und er will über das Atomabkommen mit dem Iran reden. Es ist schon sehr erstaunlich, wie sich das in den letzten Tagen entwickelt hat. Nach den Militärschlägen vorletzte Nacht durch die iranische Seite haben wir alle erwartet, dass es jetzt eskalieren würde. Die Amerikaner haben ihre Abwehrsysteme nicht aktiviert. Es gab keine Toten. Es gab Vorwarnungen seitens der iranischen Seite. Das deutet darauf hin, dass der Iran auch keine Eskalation will. Und das Signal ist wohl auch in Washington angekommen. Mit anderen Worten, es gibt wohl ein unausgesprochenes Agreement, dass man nicht weiter eskalieren möchte für den Moment. Zugeschaltet aus Berlin ist der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Norbert Röttgen von der CDU. Ich grüße Sie. Guten Tag. Gestern gab es also ein Zeichen der Deeskalation aus Washington. Sind Sie erleichtert? Ja, ich bin für den Moment erleichtert. Über die iranische Entscheidung, die da vorausgegangen ist, nämlich einen Gegenschlag, der sicher zu erwarten war, so zu kalibrieren, dass er nicht einen amerikanischen Gegenschlag erzwungen hat. Und auch die Reaktion aus Washington war dann entsprechend. Das ist erst einmal gut. Das ist ein Zeichen, dass, glaube ich, beide Seiten in den Abgrund geschaut haben und sicher sind, nicht noch einen weiteren Schritt zu gehen. Aber das ist jetzt eine Momentaufnahme. Das ist auch eine Erleichterung. Aber es würde zum Beispiel nicht darauf vertrauen, dass nicht noch weitere iranische Schläge kommen. Also ich warne jetzt auch davor, jetzt auf einmal schon wieder nur von Entspannung zu reden. Die Lage bleibt kritisch. US-Verteidigungsminister Aspen, der vertritt die Einschätzung, dass die USA durch die Tötung Suleimanis den Abschreckungsgrad im Iran-Konflikt gesteigert hätten. Teilen Sie diese Auffassung? Meine Meinung ist, dass das noch Zeit braucht, bis man wirklich sagen kann, was diese Maßnahme der USA politisch bewirkt hat. Das ist objektiv noch nicht zu sagen. Es kann sein, dass es negative Konsequenzen hat, dass die Opposition gegen Iran, die sich auch im Irak gebildet hatte, nun kein Gehör mehr findet, dass im Irak sich die Kräfte durchsetzen, die pro-iranischen Kräfte, die dafür sorgen, dass die ausländischen Kräfte das Land verlassen müssen. Das wäre eine Destabilisierung des Landes. Aber es kann sich auch so entwickeln, dass das ein notwendiges, wirksames Stoppsignal gegenüber iranischer Aggression in der Region war. Das wissen wir heute noch nicht. Es ist eine große Unberechenbarkeit jetzt in der Situation. Und ich glaube, man kann objektiv noch nicht sagen, wie es sich entwickeln wird. Es ist sehr offen. US-Präsident Trump hat gestern noch einmal gefordert, das Atomabkommen aufzugeben. Glauben Sie, es macht Sinn, daran festzuhalten? Ich glaube, es macht Sinn, daran festzuhalten, weil noch keiner einen besseren Vorschlag gemacht hat, wie man bewirken kann, dass Iran keine Atomwaffen erhält und entwickelt. Es ist auch bemerkenswert, dass die Iraner jetzt im Gegenzug gesagt haben, wir halten uns an das Abkommen nicht mehr. Aber sie haben es nicht aufgekündigt, so wie die USA es ja aufgekündigt haben. Sie haben bewusst diesen Schritt, der Iran, noch nicht vollzogen. Und wir sollten jetzt nicht sozusagen den Iran übertreffen, in den Maßnahmen, die Iran-Verpflichtungen auferlegen. Und darum wäre es falsch, dieses Abkommen jetzt endgültig aufzugeben. Es ist noch nicht tot. Es ist auch nicht mehr wirklich lebendig. Aber etwas Besseres hat noch keiner erfunden. Und darum sollten wir es nicht für tot erklären. Eine weitere Forderung des amerikanischen Präsidenten ist, dass sich die NATO-Partner stärker im Nahen Osten engagieren. Und er hat Unterstützung bekommen von NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Zurzeit hat ja die NATO eine Mission mit rund 500 Soldaten zur Ausbildung von Sicherheitskräften im Irak. Sehen Sie eine Chance für mehr militärisches Engagement auch von Deutschland? Ich finde, es spricht viel dafür, anzunehmen, dass die neue Situation, die jetzt da ist, eine neue Situation, dazu führen könnte, dass andere westliche Staaten sich stärker gezwungen sind, sich stärker zu engagieren, mehr Verantwortung umfassend wahrzunehmen für den zivilen Aufbau, für diplomatische Initiativen und an militärischer Präsenz. Weil eben die USA jetzt in besonderer Weise konfliktbetroffen noch einmal sind. Und das ist unser Interesse, die Aufgabe, den IS zu besiegen und den Irak zu stabilisieren. Und ich glaube, das liegt in der Möglichkeit dieser Situation. Und wir sollten uns als Deutsche, als Europäer, wenn die Verantwortung auf uns zukommt, stellen, sie aktiv wahrnehmen. Es hängt an der Bereitschaft des Irak, uns willkommen zu heißen. Wenn das so ist, sollten wir diese Möglichkeit ergreifen, mit Rückzug werden wir keine Sicherheit dort produzieren, auch nicht unsere eigene Sicherheit. Wie könnte ein verstärktes deutsches militärisches Engagement, wie könnte das konkret aussehen, Ihrer Ansicht nach? Naja, mehr ist vor allen Dingen eben einfach mehr. Mehr Präsenz, zahlenmäßig, ein breiteres Spektrum an Aufgaben, immer zusammen mit anderen Europäern. Ich sehe vor allen Dingen die E3, also Franzosen, Briten und Deutsche, auch als die europäischen Signatarstaaten des Nuklearabkommens hier in einer besonderen Verantwortung. Und man muss immer auch die Geografie im Auge haben. Wenn alles schief geht, dann können die Amerikaner ihre Sachen packen und nach Hause gehen. Wir Europäer können das nicht, denn es ist nur das kleine Mittelmeer, das uns von dieser Region trennt. Und darum ist es auch unser Schicksal, was dort stattfindet. Und darum brauchen wir in der gesamten Bandbreite mehr europäische Verantwortung, auch und nicht zuletzt im eigenen Interesse. Und ich glaube, das könnte jetzt durch die neue Situation auch näher an uns heranrücken. Und dann sollten wir es ergreifen aus Verantwortung, aus Sorge für unsere eigene europäische nationale Sicherheit. Wie geht es weiter Ihrer Meinung nach mit dem Einsatz der deutschen Soldaten, die schon vor Ort sind? Ich glaube, man muss zwei Phasen unterscheiden. Jetzt haben wir die unmittelbare Phase, in der Unberechenbarkeit und neues Risiko besteht. Und da hat natürlich der Schutz unserer Soldaten in der Region oberste Priorität. Und die Regierung handelt nach diesem Prinzip. Aber es wird irgendwann eine Phase 2 geben, nämlich der Wiedereinstieg in Politik, in Gestaltung. Und da gilt, was ich eben sagte, mit Rückzug werden wir weder unsere Interessen verwirklichen, noch für Sicherheit in der Region sorgen. Sondern es braucht dann Aktion und Präsenz in der Breite, um unsere Interessen dort zu verwirklichen. Unser Interesse an Sicherheit, Koexistenz, Frieden in dieser Region. Dafür müssen wir etwas tun und nicht dafür reden nur. Sagt der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Norbert Röttgen. Ganz herzlichen Dank. Ich danke Ihnen sehr.